Wir haben nicht aufwendig gelebt, aber haben dadurch dann keinen Hunger leiden müssen. In seiner Zeit war ja eigentlich alles kontingentiert, also auch Schuhe und Anziehsachen und Hosen, Kleidung, da gab es ja für alles den Marken die erste Zeit. Das war ja auch immer eine eigenartige Qualität. Und hin und wieder hat man sich dann doch ein paar Schuhe in den Westen gekauft, weil die einfach besser waren. Von der Qualität her weicher und schöner, moderner vielleicht. Und vor allen Dingen, da war das Aufregende, da haben wir einen Steglitz, haben wir das immer gemacht, hier bei Leiser, am Schlossstraße. Die hatten ein Röntgenapparat und da konnte man dann reingucken und da hat man dann gesehen, wo der Zeh aufhört und wie weit der Schuh geht. Da konnte man dann sehen, ob der eng sitzt oder nicht. Das war natürlich unter heutigen Gesichtspunkten eine relativ gefährliche Sache, weil ja Röntgenstrahlen auch nicht ganz ungefährlich sind. Aber früher war das halt so. Das war natürlich auch nicht ganz ungefährlich sind, wo der Zeh aufhört und wie weit der Zeh aufhört und wie weit der Zeh aufhört. Das war natürlich auch nicht ganz ungefährlich sind, wo der Zeh aufhört und wie weit der Zeh aufhört und wie weit der Zeh aufhört.